Willkommen zu einer Nuzong. Nuzong? Und wie heißt das? Keine Ahnung. Wir wollen jetzt mal mit jemandem sprechen, der nicht mehr unter uns weilt. Wir schauen einfach mal, was passiert. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Oh mein Gott. Wer bist du? Wer bist du? Sorge nicht großgesprächig hier. Wer bist du? Okay. Kennen wir uns? Ich bin Völks. Völks entspannt. Hast du meinen YouTube-Kanal abonniert? Willst du mir etwas Böses tun? Willst du mich umbringen wollen? Willst du dich mal zeigen? Kommst du hier aus der Nähe, Arschloch? Gott Arschloch, zeig dich doch mal! Hast du einen kleinen Penis? Hast du einen kleinen Penis? Ob du einen kleinen Penis hast, hatte ich gefragt. Jetzt wird es langweilig. Mach mal irgendwas, damit ich weiß, dass du hier bist. Ich hab mich nicht erschreckt. Ich hab mich nicht erschreckt. Ich hab mich nicht erschreckt. Ich hab mich nicht erschreckt.